Da sind wir wieder, Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu Disney Infinity 3.0 Star Wars, was erwachen er macht. Ähm, ja, Freunde, wir sind wieder auf Yaku und wir machen jetzt weiter mit den Missionen. Und schaut uns mal an, was wir noch so zu tun haben. Hier sind ganz schön viele Druiden kaputt, wa? Was ist denn da los, ey? Gibt's so gar nicht. Hammer, ey, alles kaputt hier in dem Laden. Und die nerven mich auch, aber übelst. So, ähm, jetzt gehen wir weiter, Freunde. Jetzt gucken wir weiter. Und zwar, Missionen, 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 Missionen. 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 Jetzt finde ich natürlich keine mehr. Und ich frage mich, warum ist das so? Ach, guck mal hier. Ah ja, so. Äh, meine Gelenke tun weh. Kannst du mich in das nächste Ölbad bringen? Äh, ja. Sicher, das kann ich das. Schauen wir mal. Wirf den Ruin ins Ölbad. Ja, natürlich. Natürlich. Aber seine Gelenke wieder schön geschmeidig, würde ich sagen. So, treffen wir von hier? Ja, sicher. Korrekt. Korrekt. Schlösser zu deaktivieren. Könntest du sie in die Stadt mit dem herausführen? Wo meine Düsen versteckt gehalten werden? Du bist mit mir. Yes. So, komm mal mit, du Maus. Das sind ja die, die ich, ähm, während des Let's Plays ja eingesammelt habe, gefunden habe. Ich glaube, das war sogar ganz am Anfang. Folge 2 oder so? Ich glaube, ja. Bringen wir es hinter uns. So, machen wir mal auf den Hobel hier. Ach, guck mal einer an. Okay, das war Düse Nummer 1. Ich dachte, jetzt müsse ich hier noch gegen diese Ganoven da kämpfen, aber leider nicht. Na, toll. Juhu. So, bitteschön. Ah, ja. Nummer 2. Was war das denn? Ich will es gar nicht wissen. Ey. Wo muss ich überhaupt... Ach, da. Okay. So. Aber die nerven diese Dinger, ne? Die sind richtig abartig. Juhu. Boah, Alter. Hä? Ach so, der hat die... Ah, okay. Okay. Yes. Eins. Zwei. Was hätte ich tun müssen? Mit wem hätte ich es machen müssen? Mit der Rey. Ah, ja. Okay, schade. Explosion nimmer. Schließe die Mission mit Blau. Leckerlist. Sammle die Leckerlist. Schließe die Mission als Finn ab. Eier, 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 Eier. Können wir ja mal machen, eben schnell. Können wir mal eben schnell ein paar Sterne, würde ich sagen. So, äh, sowas. Missionslogbuch. Guck mal, hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Missionen zu machen. Sehr gut. Und, äh, da. Genau. Wiederholen. Jaha, wir wissen es. Wir wissen noch, wo die sind. Uns fehlen aber immer noch diese Champion-Münster. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ja, das hilft. Ups. Sorry. Jawohl, der kann auch doppelt sprünge. Jawohl. Ich frage mich ja echt, wo diese Champion-Münzen sein können. Die können ja überall sein. Ich frage mich ja echt, wo das Gerne hat, wo die beste Ideen ist. Der Druide ist da immer noch drin. Yes! So, dritter Stern. Yes! Jawoll. So. Jetzt möchte ich einmal da... So, jetzt gehe ich einmal da ganz ganz hinten hin, weil ich der Meinung bin, da ist vielleicht eine Champion-Münze. Da ganz ganz hinten gehen wir jetzt. Da gehe ich jetzt gucken. Kann ja nicht sein, dass hier die Champion-Münzen weg sind. Wir brauchen nur Sepp und Kanan und Darth Maul. Dann komme ich zu dir. Aber zuerst will ich hier gucken. Es wäre ja auch zu schön gewesen, wisst ihr wie ich meine? Es wäre ja auch zu schön gewesen. So, er sieht so aus. Jetzt schauen wir erstmal genau, was er für einer ist. Er nicht. Er könnte es sein. Genau. Ja, der ist es auch. Ja, vielen Dank, dass da steht, als was ich das machen muss. Ich lasse jetzt einfach den Finn, ist egal. Schließe das Rennen in einer optimalen Zeit ab. In 45 Sekunden also. Wo ist das Fahrzeug? Kann er mir so ein Ding nicht mal hier hinstellen? Kann doch nie wahr sein, oder? Ja, wer hätte das gedacht, dass ich das nicht schaffe? Hätte ich niemals mitgerechnet. Hätte ich niemals mitgerechnet. Unfassbar. Oh, jetzt muss ich da wieder hin. Juhu. Juhu. Okay, dann mal los. Juhu. 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 Seien ich auch nicht. Sie sind alle ganz beeindruckt. Nein. Da oben. Oh, da oben ist doch so ein Vieh. Mist. Gut, schließe ich jetzt erst das Rennen ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schließt ihr die Mission als Poe ab? Ja, toll. Okay, ist eigentlich recht einfach, mach ich mal eben nochmal schnell. Okay, das ist gar kein Problem. Ich verstehe diese Ladezeiten nicht bei den Figuren, ehrlich, da traf ich nicht. So, ähm, da schon mal rein. Missionslogbuch. Runter, 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 genau. Äh, wiederholen. In 1,30. Ich hab, ich musste ja doch in 45 Sekunden schaffen. Dass die Leute von meinem Speeder erhaben, die nicht schnell genug durch den Außenposten düst sind. Na klar doch. Verstehe ich nicht. Was willst du denn? Du Typ. So, erst mal ein Fahrzeug wieder im Griff. Im Griff bekommen, ne? Gerade lief's besser. So, zack. So, leid, gib direkt noch ein Sternchen. So weit komm ich auf jeden Fall nicht drum. Kann ich hier gucken? Ah, hier wird's schon wieder kritisch. Lauf nicht zu weit weg, BB-8. Boah, jawoll. Da hier kriegst du aber auch Zustände bei den Fahrzeugen, ne? Das ist echt nicht gut kalibriert, ey. So, lass mich mal da oben noch mal gucken, wo wir überhaupt hergekommen sind. Vielleicht hab ich da ja schon eine Münze verpasst gehabt. Es kann ja sein. Oh, das gibt's doch nicht. Springen wir da rüber, du Typ. Der kommt da auch nicht rüber. Der kommt da auch nicht rüber. Tja, 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 Tja! Was ist das denn, Chewbacca? Ich hatte doch Yoda drauf. Boah. So, schauen wir uns mal hier um. Hier muss irgendwo was sein. So, da scheint es jetzt so auszusehen, als ob da wirklich gar nichts ist. Also hier auf jeden Fall. So. Ja gut, da komme ich gar nicht lang gelaufen. Da auch nicht. Ey, das gibt es doch gar nicht. Warum laufe ich denn dann die ganze Zeit gegen eine Wand? So, hier bin ich der Meinung, dass hier vielleicht noch irgendetwas war. Oder ist oder tut oder macht. Aber so wie ich das Spiel kenne, komme ich da gar nicht mehr hin. Na, sag ich doch. Alter, das ist mir echt zu hoch, ey. Ich weiß nicht, wo hier die Champion-Münzen und so sein sollen. Krass, 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 ey. Da kommen wir auch nicht mehr weiter hoch. Ja, hier bin ich schon wieder runtergefallen. Komme ich irgendwo hier hoch? Echt unbegreiflich, ehrlich. Egal. So, machen wir noch eine Mission, damit sich das auch gelohnt hat hier. Jetzt muss ich bestimmt seine Drecksratten wieder einfangen, ne? Ich will meine trainierten Maus-Truinen verkaufen. Brauche dafür aber jemanden, der die Blockade um die Planeten beseitigt. Kannst du die Blockade beseitigen? Ja, klar. Ich stünde zutiefst in deiner Schuld. Natürlich tust du das. Äh, jo. Und sofort wieder hin. Starten. 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 Für den TIE Fighter schon wirklich genial, würde ich sagen. So, was für eine Blockade. Das war's. Der hat drei Stücke anscheinend. So, noch den einen, wo ist er hin? Komm, 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 komm. Ja, endlich. Noch ein. Mein Gott. Noch mehr. Noch mal drei, warum sie nicht direkt alle zwölf hier hinschicken, ne? Yes. Ich schicke die Dinger doch alle sofort zusammen, ey. Ja, sind wir alle zufrieden. So, jetzt haben wir's geschafft. Schließe die Mission auf höchster Schwierigkeit ab, schließe die Mission als Poe ab. Ja, natürlich. So, Yaku, da waren wir ja schon gewesen. Weltraum über Yaku, Sammelobjekte. Haben wir auf jeden Fall noch welche zu holen. Der Kodana ist natürlich auch noch etwas zu holen. Ja, landen wir erstmal wieder bei Yaku, würde ich sagen. Na, gucken wir mal, was uns hier noch so fehlt. Viel haben wir nicht gefunden, diese Folge. Ich seh auch keine Champion-Münze, ey. Echt unglaublich, echt unglaublich. Hier ist aber nichts, ne? Nichts! Das gibt es nicht, das kann nicht sein. Ich frage mich echt, wo ich noch nicht war. Dass ich es nicht sehe, oder finde, oder tue, oder mache. Ja, hier geht's schon nicht mehr weiter. Ich raffet nicht. Hier gibt's doch leider kein Teil, wo ich, ähm, wo ich fliegen kann. Sonst würde ich hier mal durch die Gegend fliegen, aber, ja, geht ja leider auch nicht. Diese Droide kommt mir sehr bekannt vor. Ah ja, natürlich. Pass auf, ich will auf keinen Fall irgendetwas mit den Geschäften zu tun haben, die du mit, ähm, Unkar machst. Geh einfach weiter. Kann mir nicht einfach mal einer sagen, hier, guck mal, geh mal nach dort und dort, dort findest du was Schönes, Rundes, was Silbernes? Wäre ja zu einfach. Ne. Freunde, ich hab echt keinen Plan, wo die Dinger sind. Ihr habt's bestimmt schon in die Kommentare geschrieben. Dann, ähm, ja, werde ich auf jeden Fall mal beim nächsten Mal in die Kommentare schauen. In dem Sinne, Freunde, war's das. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wartet. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, um keine Folge mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ab noch einen schönen Tag. Vielen Dank, haut rein. Hier ist echt nix, ne? Ach, guck mal da. 1 bis. 1 bis. ... ... ... ... One piece.